Die Geschichte der größten Zentralbank der Welt. Und los! Geld regiert die Welt. Doch wem gehört eigentlich das Geld? Ich glaube, die Rockefellers waren da auch mit involviert in der Gründung der Federal Reserve Bank. Und deswegen schauen wir heute mal hinter die Kulissen, wer hinter ihnen steht, wer die Drahtzieher sind, wer die Eigentümer sind. Dass die Fed eine einheitliche Zinspolitik vorgibt und gleichzeitig die Geldmenge kontrolliert. Ziemlich viel macht, die Fed, wa? In der Folge fand dann ein bis in die 30er Jahre geheim gehaltenes Treffen auf Shackle Island im Club von John D. Rockefeller und J.P. Moore. Aha, John D. Rockefeller, da sind wir doch. Und das scheint ja in der Politik häufiger vorzukommen, dass die Gesetze mit dem größten Einfluss auf die Bevölkerung schnell und leise, kurz vor irgendwelchen wichtigen Ereignissen oder während Sportereignissen beschlossen werden, um möglichst wenig mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, 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 ja. Alle Anteile an den zwölf regionalen Banken der Fed gehören privaten Banken. Ja, du hörst richtig. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir sind wieder back live, Love Gangs in the Building. Ihr seht es oben in der Ecke, hier, da, werden Herzen reingefetzt. Liebe von der ganzen Community an die ganze YouTube-Community. Gerne auch mal Liebe unten in den Chat, in die Kommentare, meine ich, unten reinschreiben. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Und jetzt gehen wir in den ersten Peter für heute rein, welcher heißt die Geschichte der größten Zentralbank der Welt. F.I.D. Federal Reserve Bank. Glaube ich, ne? Oder? Fed. Yes, sir. Und ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Das ist mal wieder ein Video von Marc Friedrich. Von dem haben wir uns ja auch schon zwei, drei Videos reingezogen. Und ja, ey, was soll ich noch dazu sagen? Liebe geht raus an die ganze Gang. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Und los. Geld regiert die Welt. Doch wem gehört eigentlich das Geld? Wem gehören eigentlich die Notenpanken? Tja, das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, die Rockefellers waren da auch mit involviert in der Gründung der Federal Reserve Bank. Über die wir uns übrigens auch mal ein Video reinziehen könnten. Was ich schon mal mies recherchiert hatte, ist, dass die Rockefellers, ähm, wie war das nochmal? Ja genau, dass die offiziell ihr Vermögen und so nicht angeben, so dass die niemals auf einer Forbes-Liste vorkamen, damit niemand sieht, wie viel Vermögen die eigentlich haben. Also ich glaube, die haben so viel von dem ganzen Scheiß, dass wenn wir das rausfinden würden, oder wir würden alle, wir würden alle denken, what the fuck? So, das ist schon krass. Sind die wirklich in staatlicher Hand? Sind die unabhängig? Sind die eigenständig? Der Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen, denn nichts ist... Die haben sich gut im Background behalten. Aus Gründen. Nichts ist mächtiger als die FED, die amerikanische Notenbank, aber auch die EZB. Und deswegen schauen wir heute mal hinter die Kulissen, wer hinter ihnen steht, wer die Drahtzieher sind, wer die Eigentümer sind. Sind es wir, die Bürger oder wer ist es? Und damit herzlich willkommen zu einer sehr wichtigen, essenziellen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. Servus Marc, mein Junster. Sympathischer Dude. Ich gucke dir gerne zu beim Reden. Von der Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Der gibt mir gute Vibes. So positive Ausstrahlung hat der Cousin. Fühle ich. Um das komplexe Konstrukt der FED zu verstehen, müssen wir uns auf eine Zeitreise begeben, nämlich... Sieh zu, sagt gerade. Ich denke auch, dass der JFK mit dem Leben bezahlt hat, weil er sich mit ihnen angelegt hat. Gut möglich. ...1913, kurz vor Weihnachten. Das Jahr der Gründung der FED. Oder anders ausgedrückt, des Federal Reserve Systems. Diese wurde mit Hilfe des Federal Reserve Acts 1913 durch den amerikanischen Kongress zum Leben erweckt. Vorrangig war die Intention, vorangegangene Finanzkrisen in den USA zukünftig dadurch zu verhindern, dass die FED eine einheitliche Zinspolitik vorgibt und gleichzeitig die Geldmenge kontrolliert. Hm. Hm. Vielleicht trifft... Ziemlich viel macht, die FED, wa? ...aber eine kontrollierte Geldmengenausweitung besser zu, also dass wir eine Art Planwirtschaft durch die Notenbanken sehen, oder sogar eine unkontrollierte Geldmengenausweitung, zumindest wenn man sich die Bilanz der FED seit 2008 anschaut. Kurze Info. Um finanzielle Intelligenz zu erreichen, muss man das Geldsystem verstehen. Aus dem Grund trage ich heute auch das T-Shirt aus meiner eigenen Kollektion mit einem Spruch von Henry Ford, der nämlich gesagt hat, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution, und zwar noch vor morgen früh. Hä, 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 ich schwör's dir. Meine Intention ist es, dir das Geldsystem näherzubringen, denn nur so kannst du dich mental, aber auch monetär, auf das vorbereiten, was kommen wird, nämlich das Ende unseres Geldsystems. Um die Gründung... Gute Frage, ob man sich da überhaupt richtig drauf vorbereiten kann, sag ich dir ehrlich so, wie es ist. Wir haben uns ja letztens mal dieses Video reingezogen mit diesem Horrorszenario von Systemzusammenbruch und wie die Welt dann eventuell aussehen könnte. Das sind alles Dinge, wo man spekuliert, ne? Und ob man sich überhaupt da richtig drauf vorbereiten kann, ist so die Frage. So, man kann bestimmt die ein oder anderen Maßnahmen treffen, man sollte aber auch nicht in Panik geraten und übertreiben. Was sagt ihr, Freunde? Sollte man sich darauf vorbereiten jetzt, dass das Geldsystem zusammenbricht? Und denkt ihr, das ist wirklich so, dass das geht? Der FED gibt natürlich viele Gerüchte. Und ein Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, ist von Griffin, nämlich das Monster von Shackle Island. Das Buch ist ein absoluter Thriller, aber entspricht leider der Realität. Genauso ist es passiert. Man hat nämlich die FED kurz vor Weihnachten gekrönet, als eigentlich keiner mehr im Parlament war und hat es ein bisschen durchbuxiert. Und der damalige Präsident hat dann im Nachhinein auch gesagt, es war einer seiner größten Fehler, die er jemals gemacht hat. Er bereut es zutiefst, dass man dann das unterschrieben hat, dass er das unterschrieben hat, dass dann der FED-Act dann auch tatsächlich gesetzt wurde. Durch die gewonnenen Weltkriege wurde natürlich der Einfluss der amerikanischen Notenbank und des Dollars immer präsenter, immer wichtiger. Der Dollar wurde sogar dann Weltreservewährung durch das Bretton-Woods-System 1944. Bevor der Federal Reserve Act, also das Gesetz zur Schaffung eines Zentralbankensystems, eingeführt wurde, gab es entscheidende Akteure, die es vorangebracht haben. Jetzt bin ich gespannt hier, ob er auch Rockefellers und so erwähnt. Diese Akteure komme ich jetzt zu sprechen. Die ersten Pläne zur Schaffung einer Zentralbank, die später zur Gründung der FED führten, kamen von Paul M. Warburg. Selbst... Deutscher. ... und Teil des Bankhauses Warburg. Kennt vielleicht jeder. Die Pläne erreichten dann Jakob Heinrich Schiff von der Bahn Kuhn, Löb & Co. sowie James Stuart Stillman von der National City Bank, der heutigen City Bank. So richtig ins Rollen brachte die Pläne aber dann die Panik von 1907, einem großen Börsen-Besch. Denn im Oktober 1907 zogen viele Sparer ihr Geld bei den Banken ab, nachdem eine mit vielen Krediten der Banken versuchte Übernahme der United Copper Company scheiterte. Die Banken wiederum hatten aufgrund hoher Zinsen, die John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, bot viele Einlagen dort angelegt. Morgan, der zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu vier Fünftels gesamten Bargeldes in den USA besaß, verweigerte jedoch die Auszahlung an die Banken und die Folge davon war natürlich, dass die Knickerbocker Trust Company, eine Bank mit sehr hohen Einlagen zu der Zeit einfach zahlungsunfähig wurde und die Anleger ihr Geld verloren. Als sich die Panik allerdings noch weiter auszubreiten drohte, war Morgan zusammen mit anderen Bankiers dann doch bereit, mit eigenem Geld die Märkte zu stützen und verhinderte so auf jeden Fall stärkere Verwerfungen an den Märkten. Ganz uneigennützig, versteht sich. Paul Warburg nahm die Finanzkrisen nun erneut zum Anlass, um die Wichtigkeit einer Zentralbank herauszustellen. In der Folge fand dann ein bis in die 30er Jahre geheim gehaltenes Treffen auf Jackal Island im Club von John D. Rockefeller und J.P. Morgan. Aha, John D. Rockefeller, da sind wir doch. Bei dem neben Paul Warburg auch viele andere Bankiers als auch der Senator Nelson Aldrich anwesend waren. Und damit wurde der Aldrich-Plan geboren, der Vollläufer des... Das ist halt schon da, da ging es schon los, meine lieben Freunde, zu dieser Zentralisierung, zu diesem, zu diesem, dass Zentraldinge entschieden werden und gesteuert werden. Wer weiß, ob nicht dieser finanzielle Zusammenbruch auch herbeigeführt wurde, damit man sowas etablieren kann. Genauso wie jetzt eventuell auch ein finanzieller oder ein Finanzsystem Crash stattfinden wird, damit man die digitalen Zentralbankwährungen einführen kann. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt immer die Frage. So, inwiefern ist das alles schon geplant? ...aktuellen Federal Reserve Acts. Es dürften sicherlich vielen von euch einige Namen bekannt vorkommen und mit großer Wahrscheinlichkeit war der Aldrich-Plan auch nicht zum Nachteil der Anwesenden. Darauf wette ich ein. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Der spätere Federal Reserve Act wurde dann in einem Schnellverfahren kurz vor Weihnachten unter dem demokratischen Präsidenten Woodrow Wilson durchgewunken, als kaum jemand Das ist halt schon eine krasse Geschichte gewesen damals. Die erste Zentralbank so und die Familien oder Leute, die damals daran beteiligt waren, haben bis heute einen riesen Vorteil, weil die einfach quasi ja, das alles in der Hand haben. Weißt du, wie ich meine? Die steuern das Geld. ...es Haus beziehungsweise im Kongress war und das scheint ja in der Politik häufiger vorzukommen, dass die Gesetze mit dem größten Einfluss auf die Bevölkerung schnell und leise kurz vor irgendwelchen wichtigen Ereignissen oder während Sportereignissen beschlossen werden, um möglichst wenig mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, 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 ja. Das war auch schon vor über 100 Jahren der Fall. Besonders, wenn wir in diesem Fall ein großes System, das wiederholt sich alles, die Geschichte wiederholt sich. ...de amerikanischen Bevölkerung. Es wird immer wieder gleich gemacht. Krisen werden herbeigeführt, damit Menschen irgendwie gerade am struggeln sind, sich nicht richtig informieren. Dann werden Dinge beschlossen im Hintergrund. Dann stehen wir auf einmal vor vollendeten Tatsachen und fragen uns, wie konnte es soweit kommen. Das wird sich so schnell nicht ändern, außer das ganze System wird überworfen. Die Freibank ist sehr skeptisch gegen Überstand. Die wirkliche Tragwarte des Gesetzes scheint aber auch der damalige Präsident Woodrow Wilson erst im Nachhinein aufgefallen zu sein, denn ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben. Unwissentlich habe ich mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird kontrolliert von ihrem Kreditsystem. Dieses System ist hochkonzentriert. Das Wachstum der Nationen und all unsere Aktivitäten befinden sich ob den Händen einiger weniger Menschen. So. Wir haben uns zu einer der am schlechtesten, geführten, am meisten überwachten und beherrschten Regierungen der zivilisierten Welt entwickelt. Krass. Holla, die Waldfee. Das ist mal ein Statement. Das ist mal Tacheles. Jetzt schauen wir uns mal an, wem gehört eigentlich die Fed. Gehört es dem amerikanischen Staat, den amerikanischen Bürgern? Die Fed besteht aus zwölf verschiedenen regionalen Federal Reserve Banks, welche jeweils für einen bestimmten Abschnitt in den USA tätig sind. Hier in der Grafik kann man die Standorte dieser zwölf und ihrer zuständigen Distrikte gekennzeichnet mit den großen Zahlen sehen. Eine der bekanntesten ist natürlich die New York Fed im Osten der USA. Jetzt denken viele natürlich, dass das Wort Fed ja von Federal kommt und das praktisch staatlich ist. Auch in den USA denken das viele. Gerade weil ja auf die Spitze der Fed vom Präsidenten vorgeschlagen und vom Senat gewählt wird. Dem ist aber nicht so. Denn alle Anteile an den zwölf regionalen Banken der Fed gehören privaten Banken. Ja, du hörst richtig. Welche Bank wie viele Anteile genau hat, ist aber komplett geheim. Es ist aber anzunehmen, dass die größten Banken der USA, wie zum Beispiel natürlich JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs und so weiter auch zu den größten Anteilseignern der Fed gehören. Und jetzt kann man natürlich... Das ist halt voll krass, wenn du überlegst, dass die Zentralbanken von einem Land in privaten Händen sind. Da merkst du doch schon, was abgeht, Bro. Da merkst du auch, also wenn du da einfach mal weiterspinnst, so ein bisschen deine Fantasie ankurbelst, dann kommst du auch ganz schnell auf den Trichter, dass die Politik am Ende des Tages gar nicht wirklich irgendwas entscheidet, sondern irgendwelche privaten Leute, die halt die Macht über die Politik haben, weil die die Macht übers Geld haben. Weißt du so? Einen ganz anderen Blick auf die letzten Finanzkrisen schauen und muss sich nicht wundern, warum auf einmal diejenigen, die die Krise verursacht haben, belohnt wurden mit staatlichen Rettungspaketen und mit Steuergeldern. Aus den Krisenverursachern wurden die Krisengewinner. Chapeau. Und damit haben natürlich diese Banken eine Art Monopol über das Fiat-Geldsystem sich gesichert. Was meinst du? Sollten Zentralbanken staatlich oder doch privat sein? Oder brauchen wir sie überhaupt? Und genau da liegt unser Grundübel. Es heißt nicht umsonst Ich weiß gar nicht, ob man dieses ganze System überhaupt noch irgendwie retten kann. Auch wenn du die jetzt verstaatlichst. Wer hat den Staat in der Hand? Verändert das überhaupt irgendwas? Dann präsentieren die das uns und sagen, ja, das ist jetzt staatlich, aber immer noch dieselben Mächte haben das Ding in der Hand, weil die die Geldströme kontrollieren, weil die das meiste Geld und die meiste Macht haben. Deswegen, ich bin selber überfragt bei der Frage, wie man dieses System noch in eine gute Richtung verändern sollte. Und es muss eigentlich ein kompletter Zusammenbruch von allem stattfinden. Ich glaube nicht, dass du diese virenartigen Menschen, die sich da reingeklammert haben in das Weltwirtschaftssystem, da rausbekommst, ohne dass alles den Bach runtergeht. Ich glaube, das geht nicht mit kleinen Veränderungen hier und da. Die werden diese Macht und diese Kontrolle nicht mehr abgeben. Außer die sind weg. CoinSpace, fix the money, fix the world. Also wir müssen das Geldsystem reparieren, um die Welt zu reparieren. Aus dem Grund zeigt sich auch, dass wieder nur einmal einige wenige von den großen finanziellen Machtkomplexen, wie zum Beispiel dem Federal Resource System profitieren und auf diesen Einfluss nehmen können. Auch wenn die Inflation momentan fällt, nicht zuletzt auch wegen den Zinsanhebungen, der damit einhergehenden Abkühlung der Wirtschaft, dürfte die Inflation noch lange nicht beendet sein. Es wird weitere Wellen geben und die werden heftiger sein wie die erste. Aus dem Grund ist es mir ja wichtig, euch was an die Hand zu geben, wie ihr euch vor weiter steigender Inflation schützen könnt. All das erfahrt natürlich auch immer wieder in weiteren Videos von mir, aber auch in unserem Newsletter, der bald wieder erscheint. Jetzt bin ich natürlich auf deinen Kommentar gespannt. Schreibt auch gerne, über welches Investment ihr in naher Zukunft mehr erfahren möchtet. Ich küsse dein Herz, Marc. Aber gut zusammengefasstes Video. Hab mal ein bisschen was über die Federal Reserve gelernt. Ich würde aber in das Thema auch gerne nochmal ein bisschen tiefer reinsteigen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Fand es aber interessant und cool. Liebe Grüße geht raus an den Marc Friedrich und liebe Grüße geht auch raus an die ganze YouTube Community. Schreibt eure Gedanken dazu natürlich unten in den Chat beziehungsweise unten in die Kommentare. Sorry Alter, ich bin immer am verbabbeln hier, weil ich gerade live bin. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out, gang.